Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern. Ich habe heute was für euch vorbereitet und zwar ein Malspiel sozusagen. Ihr braucht dazu zwei Würfel, verschiedene Farben, zwölf Stück. Ich habe jetzt hier Waschmeister und Kalotte hat Wasserfarben. Dann braucht ihr ein weißes Blatt Papier, ein Lineal, ein Stift und noch ein weiteres Blatt Papier. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet und zwar wollen wir Zufallsbilder Würfeln malen. Das zeige ich euch gleich mal. Also ich habe hier schon was vorbereitet. Kalotta hat es auch schon. So sieht das am Ende aus. Ihr zeichnet Linien auf euer Blatt drauf. Einmal gerade runter, dann dreht ihr euer Blatt und macht das Ganze noch einmal. Sodass ihr ganz viele Vierecke bekommt. Ein ganz großes Vierecke. So, dann sieht das bei mir am Ende jetzt auch so aus. Und jetzt braucht ihr noch eure Farbenliste. Ihr würfelt nämlich nachher eure Farben. Eine neun habe ich jetzt gewürfelt. Dann gucke ich auf mein Blatt Papier, wo dann mein neun ist. Da ist meine neun. Und dann male ich das erste Kästchen auf meinem Papier in dieser Farbe an. Also in grün. Und so mache ich das für jedes Kästchen. Dann ist das erste Kästchen angemalt. Dann würfel ich wieder. Jetzt habe ich eine Elf. Jetzt gucke ich wo meine Elf ist. Hier unten habe ich Elf Punkte und eine Zahl hingeschrieben mit der Elf. So. Und dann nehme ich die Farbe und mal das nächste Kästchen damit an. Und Kalotta macht genau das Gleiche. Nur mit ihrer Wasserfarbe. Wir haben die Zahlen vorgemalt. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und jede Zahl hat eine Farbe bekommen. Damit man sich das nachher auch merken kann, welche Zahl, welche Farbe ist. Genau. Und dann geht es eigentlich los. Dann habt ihr alles bereit. Ihr müsst natürlich nicht zwölf Farben nehmen. Ihr könnt auch nur eine Dose benutzen. Dann fangt ihr mit der Eins an. Zwei, drei, vier, vier, fünf, ne, nur sechs. Einzige Seiten hatten wir nicht nur sechs. Ja. Und dann habt ihr oder braucht ihr auch bloß sechs Farben euch aussuchen. Genau. Ja Leute, fang nochmal einfach zu würfeln. Elf. Seht los. Was hast du? Zehn. Zehn mal nochmal, bitte. Zehn. Zehn, genau. Du hast eine Zehn. Wo ist deine Zehn auf deiner Karte? Zehn. Hier. Hier. Genau. Das ist die Zehn. Und dann brauchst du nur die Farbe, die wir da wirklich haben. Da brauchst du das Orange hier oben. So. Und dann kannst du das so hinnehmen. Dann fängst du da oben das erste Kästchen an auszumalen mit der Farbe. Und ich mach genau das gleiche. Ich würfel. Ich habe eine vier. Auf meiner Karte ist hier die vier. Kommt nicht da ran. Also brauche ich das dunkelblau, um das aufzumalen mit das erste Kästchen. Du, was ist denn? Hast du wirklich eine vier? Ja. Ein dunkelblau? Ja, finde ich schon. Bei mir ist die vier. Bei mir ist die vier rot. Ich glaube, das ist rot. Sieht eher anders aus. Und ich glaube, das war das. Das Orange. Nee, das hier. Nee, braun haben wir gar nicht genutzt. Ach so. Und jetzt machst du mit den nächsten Kästchen beide. Jetzt würfelst du wieder. Sieben. Sieben. Genau. Meine sieben war blau. Okay. Ein dunkelblaues. Das war das dunkelblaue Spinnestau. Das andere blaue war das, was wir bei der drei ist. Genau. Genau. Und so geht es dann weiter. Also ihr habt euer Kästchen, würfelt, dann malt ihr das an in der Farbe, was ihr euch ausgesucht habt für die Zahl. Dann nehmt ihr das nächste Kästchen, würfelt wieder eine Zahl und dann geht das immer so weiter, bis das ganze Blatt fertig ist. Genau. Wir werden uns jetzt erstmal daran setzen, das auszumalen und dann sehen wir uns gleich wieder mit unseren fertigen Werken. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt eigentlich fast fertig mit unseren Bildern. Und dann kommt ihr mal die letzte Kästchen aus. Ich kenne die nur nicht, damit ich meine letzte Kästchen auch ausmachen kann. Acht. 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 wirklich einfach nur würfeln, euch die Farben für jede Zahl aufmalen und dann könnt ihr loslegen. Und so sieht auch jedes Bild komplett unterschiedlich aus. Also ich meine, Schüler und ich haben da sowieso verschiedene Farben genutzt, aber auch wenn ihr euch jetzt mit euren Geschwistern zum Beispiel die Farben teilt, jeder würfelt was anderes. Kein Bild gleicht dem anderen. Ihr habt alle ein eigenes individuelles Bild, was ihr selbst gestaltet habt. Genau. Ich denke, das ist noch ganz einfach. Ich habe ein bisschen übergemalt und Mama hat mich übergemalt. Nee, ich nicht. Mit Wasserfarben ist es ein bisschen schwieriger. Genau. Also ihr braucht dafür nochmal zwei Würfel, Papier, verschiedene Stifte, verschiedene Farben. Ihr könnt das mit zwölf Farben machen, ihr könnt das auch mit sechs Farben machen. Ihr könnt auch ein Würfel nehmen. Genau, mit einem Würfel dann sechs Farben nehmen. Genau. Das war's jetzt von uns. Viel Spaß beim Nachmachen. Kannst du gleich machen? Kannst du gleich machen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann.